Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Odin, hier zu einem Ankündigungsvideo für den nächsten Dudes-Stream. Heute Morgen habe ich schon ein bisschen gestreamt und ich dachte mir, so um 15 Uhr möchte ich wieder weitermachen. Ihr seht ja, was ich gerade spiele. Seitdem hier so ein bisschen Pokémon Go im Hype ist, habe ich mir gedacht, komm, spielen wir mal was anderes, etwas, was ich streamen kann. Und das ist hier Pokémon Herzgold oder Heartgold. Und ja, da hoffe ich, dass ihr vielleicht reinschaltet auf twitch.tv slash zockerdudes. Geht dann so um 15 Uhr, vielleicht auch ein bisschen später los. Muss schauen, dass ich da rechtzeitig wieder zu Hause bin. Dann hoffe ich, dass ihr vielleicht gleich reinschaltet und wir uns dann sehen. Also bis nachher gleich im Dudes-Stream.